Wir sind in der Rechtsanwaltskanzlei Stock. Herr Stock ist Strafverteidiger. Herr Stock, was sind die Aufgaben eines Strafverteidigers? Als Strafverteidiger hat man natürlich zu prüfen, ob der Mandant unter Umständen eine Straftat begangen hat. Meistens werde ich damit konfrontiert, dass der Mandant mit einer Vorladung zur Polizei zu mir kommt und mich darauf anspricht, ich soll ihn beraten, wie soll ich mich verhalten. Zunächst muss man natürlich sagen, Sie müssen dieser Vorladung nicht folgen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich bekomme diese Einladung. Und mein erster Weg wäre zum Beispiel zu Ihnen, um zu klären, was möchte die Polizei von mir. Genau. Man muss sich das so vorstellen, die Polizei ermittelte bereits gewisse Verdachtsmomente. Und dann wird man mit diesem Schreiben eingeladen, um vernommen zu werden. Und in dem Moment fragt die Polizei natürlich bereits schon, recht konkret. Und wenn man dann eine Aussage tätigt, kommt man unter Umständen einfach völlig unnötig zu einer Belastung, die notfalls zu der Bestätigung einer Straftat oder Bestätigung eines Verdachtsmoments führt. Insofern muss ich nach meiner langjährigen Erfahrung immer wieder sagen, Schweigen ist Gold. Lassen Sie erst mal den Anwalt Akteneinsicht nehmen. Und dann können wir ganz in Ruhe die Angelegenheit prüfen und dann unter Umständen natürlich auch Verdachtsmomente ausräumen, sodass das Verfahren letztendlich eingestellt werden kann. Was ist das, wer 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 ist das. Vielen Dank.